Sachsensumpf ist der Name einer Korruptionsaffäre, die seit Mai 2007 der Öffentlichkeit bekannt ist. Das Material dazu wurde bis Mai 2006 vom Sächsischen Verfassungsschutz zusammengetragen. Nach dem Bekanntwerden des Sachsensumpfes sollten die Staatsanwaltschaften ermitteln und Verfahren einleiten. Bald wurde die Korruptionsaffäre als bloß heiße Luft abgetan. Dennoch gibt es seit Juli 2007 einen Landtagsuntersuchungsausschuss zum Sachsensumpf. Dieser hat zuletzt am Mittwoch getagt. Dessen Vorsitzender ist Klaus Bartel von der Partei Die Linke und der ist jetzt am Telefon. Hallo. Schönen guten Abend. Hallo, Herr Klaus. Zuletzt ging es im Untersuchungsausschuss, also zumindest am 8. Januar, auch um die Vernehmung von Oberstaatsanwalt Wolfgang Schwürzer. Der hat am 14. Januar 2008 zwei Frauen vernommen, die als Minderjährige zur Prostitution gezwungen wurden. Und da ging es eben darum, wie weit der Ex-Justizminister Gerd Magenroth die Ermittlungen beeinflusst hat. Am Mittwoch, diese Woche, wurden zwei Zeugen vernommen. Das war einmal Herr Dr. Martin Marx. Er war damals Sprecher von dem damaligen Justizminister Gerd Magenroth, ist inzwischen Richter am Oberlandesgericht Dresden. Stimmt das? Das ist richtig. Herr Dr. Marx war der sogenannte Pressesprecher des sächsischen Staatsministeriums der Justiz. Und in dieser Eigenschaft auch unmittelbar mit diesem Herangehen an die Moderation oder Abmoderation der Problematik Sachsensumpf befasst. Der wurde vernommen und dann wurde noch ein zweiter Zeuge vernommen, da können wir ja dann vielleicht noch drauf eingehen. Wurde denn der Verdacht erhärtet jetzt am Mittwoch, dass es Einfluss gegeben haben könnte vom Ex-Justizminister? Der Anlass, unmittelbar Herrn Dr. Marx als Zeugen zu laden, war ja tatsächlich eine Aussage, die Herr Schwirzer, vorher leitender Oberstaatsanwalt, die jetzt im sechsten Staatsministerium, vor dem Ausschuss getroffen hat. Er hat nämlich uns gegenüber bekundet, dass er im Januar 2008, das war also seit vier, fünf Monaten, nachdem die offizielle Lesart, die nach außen verkündet war, betreffend Sachsensumpf, wie er lautete, alles heiße Luft, alles nichts dran, alles aufgebauscht, hatte er im Januar diese beiden Frauen, die von der Zwangsprostitution im damaligen sogenannten Kinderportail Jasmin in Leipzig betroffen waren, zeugenschaftlich vernommen und an dem Tag, zu seiner Aussage, an dem er die Vernehmung vorgenommen hat, gemeinsam mit weiteren Staatsanwälten, war er von den Aussagen so beeindruckt, dass er sich an den ihm bekannten Herrn Dr. Marx wandte und sagte, das hat auch Dr. Marx bestätigt am Mittwoch, ist denn betreffend der ganzen Affäre, betreffend der sogenannten Richteraffäre, der verwiegelten Richter, schon alles abgeschlossen, wir können das nicht halten mit der Lesart, heiße Luft, wir müssen nach dem, was ich heute gehört habe, doch davon ausgehen, dass da allerhand dran ist. Und dieses Telefonat, das also der Staatsanwalt selbst im Januar 2008 auf das Ministerium zugeht, darum bittet auch den Minister zu informieren, darum bittet die entsprechende Wertheitigkeit der Aussagen der Zeuginnen prüfen zu können und jetzt nicht weiter diesen Weg des Abmoderierens zu gehen, war für uns sehr bemerkenswert und es ist im Grundsätzlichen durch Dr. Marx eigentlich eine Botschaft in zwei Richtungen uns vermittelt worden. Erstens, jawohl, dieses Telefonat in den Abendstunden eines Januar-Tages gab es, mit der offensichtlichen, deutlichen Situation, dass sich Herr Oberstaatsanwalt Schwirzer von den Aussagen der beiden Frauen inhaltlich eben veranlasst sah, zu sagen, hier müssen wir ganz anders ran, hier müssen wir nachsetzen und er hat zweitens bekundet, dass er sich sehr gewundert hat, dass dann wenige Tage später Herr Schwirzer oder die Staatsanwaltschaft Dresden wieder eine ganz andere Auffassung war. Diese Umkehrung, die dann schnell geschehen ist, war ihnen doch etwas verwunderlich. Aber konnte das jetzt schon genauer beleuchtet werden, wie die Umkehrung dann passiert ist? Das ist genau das Problem, was in der Ausschuss, der ja zwei Komplexe hatte, untersucht. Zum einen gab es kriminelle und korruptive Netzwerke unter Beteiligung von herausgehobenen Persönlichkeiten, aus Politik, aus Justiz, aus Wirtschaft, aus Polizei, aus Kommunalbehörden, gab es diese Sachverhalte, die im Raum stehen. Und das Zweite, was der Ausschuss zu untersuchen hat im Auftrag des Landtages, ist ja, hat die Staatsregierung in irgendeiner Weise versucht, die Aufklärung in diese Richtung zu behindern und stattdessen praktisch, ich sage mal, mit der Losung, alles heiße Luft, den Fall so schnell wie möglich zu beerdigen, so schnell wie möglich abzumoderieren. Und die Tatsache, dass wir jetzt wissen, auch aus Aktenlagen uns schon vor der Vernehmung von Herrn Schwirzer deutlich geworden, dass bis hinein in den Frühjahr 2008 die Staatsanwaltschaft selbst noch überhaupt hinreichende Erkenntnisse hatte, die überhaupt es gestattet hätten, eine Fallbewertung vorzunehmen. Und dass es eben solche Situationen gab, wo Aussagen von Wahrnehmungszeugen, von Betroffenen dafür sprachen, dass man dem sehr gründlich nachgehen muss, obwohl man es längst für aufgeblasene Geschichte erklärt hatte. Diese Tatsache hat uns natürlich die ganze Zeit befasst und stellt natürlich die Frage, die wir noch nicht entgültig beantworten, die wir aber in den letzten Weiserhebungen, letzten Vernehmungen, die wir noch bis zum Ende der Legislatur machen wollen, aufklären wollen, ist tatsächlich dann wieder gegenüber der Staatsanwaltschaft irgendwo Einfluss genommen worden, um zu sagen, wir bleiben dabei, die Sache ist gewissermaßen erledigt und die beiden Zeugen haben nicht recht. Sie wissen sicherlich, dass diese beiden Zeuginnen, die damals Herr Schwirzer vernommen hat, sich dann selbst im Straf eines Strafbrottsverfahrens ausgesetzt sah, ein sehr intensiver Strafprozess, der ja letzten Endes dann auch eingestellt worden ist, weil beide dann nicht verhandlungsfähig mehr gewesen sind, durch das Amtsgericht in Dresden geführt. Insofern war für uns die Vernehmung von Herrn Dr. Marx durchaus sehr erhellend, dass es also, wie gesagt, eine solche Situation gab, wo die Staatsanwaltschaft selbst beiden Zeugen glaubte, die gleiche Staatsanwaltschaft die beiden Zeuginnen später eben dann anklagte, dass sie gegenüber dem betreffenden Richter üble Nachrede begangen hätte. Jetzt am Mittwoch, also am 19. März, wurde außerdem vernommen, Herr Friedrich Leopold Graf zu Stolberg. Er ist jetzt Präsident am Landgericht Gürlitz, wenn ich das richtig gefunden habe. Ja. Weswegen wurde der vernommen? Ja, Herr Graf Stolberg, Stolberg war zum Zeitpunkt dieser gesamten Situation um die Behandlung des sogenannten Sachsen-Sumpf-Komplexes, also im Frühjahr 2007 bis hinein in das Frühjahr 2008, der Personalchef des 6. Staatsministeriums Justiz, Referatsleiter 1, wie man in der konkreten Bezeichnung sagte, und in dieser Eigenschaft eben auch für uns ein Zeuge unter dem Aspekt, dass er zu dem, ich sag mal, zu Führungsebene des Justizministeriums zählte und eben unter anderem nach unserer Auffassung Erkenntnisse hatte, welche Personen von dem aus dem Justizministerium heraus beauftragt wurden, sind die Ermittlungen zu führen, wer ist ausgewählt worden, die Ermittlungen zu führen, wer ist noch hinzugezogen worden hinsichtlich der Kontrolle der Ermittlungen eventuell oder der Einflussnahme auf den Gang der Ermittlungen, wie waren Berichterstattungspflichten angelegt, was musste die Staatsanwaltschaft mit dem Staatsministerium der Justiz, wo welche Personen abstimmen, bevor sie entscheiden konnte, oder gab es solche Abstimmungsnotwendigkeiten. Diese Fragen waren also den Zeugen Graf Stolberg zu richten. Hat er diese Fragen alle beantwortet? Er hat an einige Sachverhalte keine Erinnerung mehr gehabt, beziehungsweise konnte sich dann nur noch peripher an manche erinnern. Es hat sich dann auch tatsächlich herausgestellt, dass bereits im Laufe dieser Zeit, als er dieser Personalchef war im Kontext Herbst 2007, es noch einen weiteren Referats, die Stelle wurde halbiert, es gab dann noch einen weiteren hinzukommenden Teilreferatsleiter, den der Ausschuss unter Umständen noch als Zeugen vernimmt, als Beweis an Brackner am vergangenen Mittwoch eingebracht worden, von den Oppositionsfraktionen auch ihn zu vernehmen, wo es also sein kann, dass der weitere hinzukommende Mitpersonalchef, der dann das Amt auch übernommen hat, ab früher von ihm, weil dann Herr Graf Stolberg zu Stolberg Präsident des Landgerichtes von Görlitz geworden ist, dass es durchaus sein kann, dass ein, aber also, wenn ich das nochmal sagen darf, der Staatsminister der Justiz hat seinerzeit, was wir schon 2007 die Oppositionsfraktion, die demokratische Oppositionsfraktion, so sehr fragwürdig hielten, ja neben der Ermittlung der Staatsanwaltschaft einen sogenannten Sonderermittler eingesetzt, einer Reiser, das ist ein Präsident des Landgerichteshauses in alten Bundesländern, aus Baden-Württemberg, der herangeholt wurde, der mit weisesgehenden Befugnissen ausgestattet wurde, und dieser Herr Eiser hat, wie wir aus den Unterlagen entnehmen konnten, in sehr eifriger Weise, und mit einem sehr merkwürdigen Kompendium an Rechten, obwohl er ja aus Baden-Württemberg kam, also nicht mal ein sächsischer Beamter in dem Sinne gewesen ist, ausgestattet, sich mit den Ermittlungen auch befasst, sich in die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft mit reingehangen, zwischen Staatsanwaltschaft und Staatsministerium des Innern, beziehungsweise Staatsministerium der Justiz auch, in gewisser Weise mit Gesprächen vermittelt, und zu dessen Rolle wollten wir auch speziell etwas von Herrn Stolberg wissen, und da hat uns Herr Stolberg durch den Haus manches bestätigt, was wir in den Akten gefunden haben. Sehr viel Zeit war ja vorgesehen in der Tagesordnung zur Vernehmung von Katrin Schauer, Sozialarbeiterin vom Karo e.V. in Plauen. Die hat sich krank gemeldet. Wird die später noch vernommen? Ja, das war für uns sehr bedauerlich, dass ich Frau Schauer krank melden musste. Das Problem ist, dass Frau Schauer ja in einem sehr wesentlichen Ermittlungskomplex oder Untersuchungskomplex, Beobachtungskomplex, das ist ja beim Landesamt Verfassungsschutz das Referat Organisierte Kriminalität gewesen, das von 2003 bis Mai 2006, wie Sie völlig richtig vorhin bei der Anmoderation sagten, tatsächlich das untersucht hatte, und einer der Komplexe war der Komplex Abseitswo, beziehungsweise Abseits Vogtland, Abseits Westsachsen, und Frau Schauer hat in diesem Bereich als Vorsitzende dieses Vereins Karo sehr intensiv die ganzen Fragen untersucht und versucht mitzuhelfen, das aufzuklären, zu verhindern, was den Menschenhandel mit Kindern, die aus Tschechien kamen, Missbrauch von Kindern, sexuellen Missbrauch von Kindern in Tschechien anging und ähnliches mehr, wo auch die Frage stand, sind solche Kinder auch zum Zwecke des Missbrauchs nach Deutschland verbracht worden und ähnliches mehr. Zu diesem Komplex, zu diesen Erkenntnissen, die dort aufgeschrieben sind, in diesem Untersuchungsteil, in diesem Beobachtungsteil des Landesamtes, der Verfassungsschutz, wollten wir die Zeugen hören, dann aufgrund dessen, dass sie erkrankt war, jetzt eine neue Absicht einer Vernehmung, die im Mai stattfinden soll. Wir haben also als Ausschuss einmütig, in dem Fall wirklich, mit Zustimmung aller entschieden, dass wir eine Sondersitzung noch im Mai deshalb durchführen wollen und wir schauen nochmal rein. Okay, da bedanke ich mich bei Klaus Bartel, Vorsitzender des Zweiten Untersuchungsausschusses zum Sachsensumpf im Sächsischen Landtag, für das Interview. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.